Servus Leute, mein Name ist AgeingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem Video. Und zwar heute möchte ich gerne noch das Wargamingfest 2019 rekapitulieren, beziehungsweise die Inhalte, die wir jetzt gekriegt haben, ansprechen und natürlich auch meinen Videotitel erklären. Wie ihr sehen könnt, aus meiner Sicht war das Wargamingfest 2019 enttäuschend. Und ich habe jetzt mit ein paar Leuten darüber geredet, auch ein paar Leuten von The Armor Patrol, die ja unter anderem eine englische News-Seite zu World of Tanks machen, aber auch mit sonstigen Leuten, ob jetzt von Mods-Clan, beziehungsweise von O'Hare oder auch von meinem Discord her, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen. Ja, gucken wir uns doch zuerst an, was Wargaming denn ganz genau jetzt in diesem Wargamingfest 2020 eben angesprochen hat, beziehungsweise gezeigt hat. Das erste ist natürlich im, Entschuldigung, 2019 natürlich, im 2020. Das ist der erste Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte. Da wird halt einfach dann höchstwahrscheinlich noch ein bisschen größer gefeiert, weil ja das zehnjährige Jubiläum von World of Tanks sein wird. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich viele Informationen dazu. Sie haben einfach gesagt, ja, es wird ein tolles Event. Die Offsprings in eurer Garage. Anscheinend werdet ihr dann die Offsprings bei euch in der Garage ab dem 18. September haben. Muss jetzt ehrlich sein, war es wirklich diese, waren sie Ressourcen wert, dass man sie als Hologramm oder auf einer virtuellen Bühne in eurer Spielgarage haben kann? Ja, ist jetzt eben mal so dahingestellt. Aus meiner Sicht sind es jetzt vielleicht diese Ressourcen nicht wirklich wert. Aber du, go figure. Ich bin YouTube, ich bin kein Developer oder Marketingmanager. Das nächste Anscheinend gibt es noch ein paar, fürs Panzerfestival, noch ein paar, zwei Minispiele, wo ihr unter anderem euch noch solche Tickets gewinnen könnt für irgendwas. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das für Gewinnspiele sein werden, beziehungsweise Minispiele. Da steht auch ganz, gar nichts drüber. Aber ja, sie kommen in einem eigenen Artikel. Das nächste, was noch kommt, es gibt noch das Rennen mit einem fünfstufigen Turnier. Habe ich mir persönlich nicht ganz genau so angeschaut, weil hey, es ist auch schon langsam ein bisschen später und ich muss jetzt nachher mal noch Richtung Bett gehen, weil morgen 25 aufstehen. Hurra. Nein, das große Rennen, ich werde sicher dazu auch ein paar Videos machen, sicher mit meinen Kollegen probieren, da gut abzuschneiden mit dem Rennen fahren. Ich kenne da schon ein paar Leute, die mit mir da mitfahren wollen und dann gucken wir weiter. Dazu mal war das Turnier ziemlich lustig, da ich ja selber auch ein bisschen Fan bin von Rennen aka Formel 1. Da für mich da der Engineering-Bereich extrem interessant ist, freue ich mich auch auf das, weil hey, es ist schon letztlich Rennen. Und im 2014 war es auch ganz interessant. So, jetzt haben wir genügend kurz alles durchgeprabbelt. Jetzt die erste große Ankündigung vom Wargamingfest 2019 sind die Doppelgeschützpanzer. Jawohl. Sie werden in diesem Zeitpunkt mal angezeigt, ja, was ist jetzt die erste Idee? Es sollte früher oder später, höchstwahrscheinlich morgen, dann noch dieser eine Video-Developer-Handbuch über diese Doppelgeschützpanzer kommen. Ich habe gesehen, dass ein paar Leute von euch unter anderem bei meinem Post über diese neue Mechanik geschrieben haben, ist es jetzt ein 1. April-Scherz oder ist Wargaming eventuell auf Drogen oder... Oh, ziemlich cool. Also es gab ordentlich da N verschiedene Impressionen von euch über den vor allem dazu mal vorgestellten ST-2. So, also da ist der Punkt in Frage, der ST-2, der Hörder-Panzer. Und eben gespannt, ob das tatsächlich ernst gemeint ist und was da mit diesem Panzer so passiert. Es war ernst gemeint, das hat auch schon so ausgesehen, dass es ernst gemeint ist von dem Aussehen her, vom Mörderling her. Und ja, sie wollen jetzt hier einen anderen Panzer dann auf Stufe 8 mal testen, einfach als Proof-of-Concept. Aber sind wir ehrlich, wenn das schon so in einer weiten Stufe drin ist, dann wird das nicht mehr ein Proof-of-Concept sein, sondern das wird dann auch so werden. Und ob jetzt da ein... Es wird höchstwahrscheinlich ein kompletter Baum kommen, weil es wurde schon gesagt im Video, dass der ST-2 ein Stufe-9er-Panzer wird und man sich jetzt dafür entschieden hat, einen eigenen Stufe-8er-Panzer dafür zu nehmen, weil der ein bisschen mehr Sinn macht, um den zu testen. Weil anscheinend Wargaming sagt, dass aus ihrer Sicht Stufe 8 an und für sich am besten gebalanced ist. Da würde ich eigentlich auch nicht dagegen meckern, wenn da nicht so Panzer wie Defender, Progetto und aber auch der EBR 75 FL-10 und LP-43-2. Aber das ist jetzt auch dahingestellt. Schlussendlich, diese Mechanik, was ich bis jetzt gesehen habe, ihr habt eigentlich drei Optionen. Entweder ihr vorbereitet euren Schuss, das geht glaube ich zwei oder drei Sekunden oder ein bisschen noch länger und dann schießt ihr gleichzeitig, dann schießt ihr beide Schüsse gleichzeitig. Das hat dann natürlich in Folge, dass ihr eine längere Nachladezeit habt und ihr müsst auch natürlich vorausschauend denken. Das Zweite ist, er schießt wie ein normaler Panzer, dass einmal ein Schuss hier fliegt, dann der nächste Schuss da mit einer gewissen Zeit, wie zum Beispiel sieben Sekunden dazwischen, dass ihr immer schön PEM, 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 PEM macht. So was in der Art. Natürlich nicht in so einer Schusskadenz, das wäre dann schon ein bisschen stark. Aber der dritte ist noch, dass man sich es vorstellen kann wie den IS-3A, wo man dann schlussendlich auch einfach diese zwei Schüsse hat und man schießt sie einfach wie die IS-3A ab und eben die Progettos, die im Spiel sind, die können dann das eben hier auch zeigen oder man könnte das auch so benutzen. Interessant ist schlussendlich, dass nur eine Kanone oder das Ziel wird nur von einer Kanone erfasst. Das heißt also zum Beispiel, euer Aimkreis ist bei der einen Kanone, während die andere Kanone eigentlich kein Aimkreis hat. Heißt also zum Beispiel, wenn eure Kanone da hin zielt und sie auch diesen Ziel hat, aber die zweite Kanone da gegen eine Wand zielt, dann kann es sein, dass natürlich der eine Schuss in die Wand fliegt und somit auch keinen Schaden macht. Das muss man sich auch im Kopf behalten. Somit um die Ecke pieken kann ein Ticken schwieriger werden. Nun, das Konzept allgemein finde ich nicht so blöd. Also es ist eine neue Sache, es wird hundertprozentig kommen, da kann ich jetzt schon meine Hand ins Feuer legen oder 100 Euro oder mehr drauf wetten, dass das kommen wird, weil sie haben schon ziemlich viel Zeit darin investiert. Plus, ja, die Doppelgeschützpanzer können natürlich auch noch die Tür öffnen für andere Panzer von den Deutschen, wie zum Beispiel die Maus, die hat ja schlussendlich auch eine 7,5 cm Kanone seitlich neben ihrem Turm, die man benutzen könnte, wenn so eine, wenn wir mal sagen, so eine Mechanik ins Spiel kommt. Natürlich müssen sie nochmal abgewandelt werden, weil die Doppelgeschützpanzer natürlich zwei identische Kanonen haben. Und was auch noch interessant ist, diese beiden Kanonen, diese, man kann nicht verschiedene Munitionstypen drin erladen und das, ja, das ist halt einfach so, man muss einfach immer mit beiden Schüssen die gleichen Munitionstypen schießen. Aber ansonsten gibt es nicht mehr wirklich viel dazu zu sagen, bin dann gespannt, wenn nochmal das Tagebuch kommt, eben dazu kommt noch ein Video von mir, das wurde am Wargaming Fest gezeigt, dieses Video, aber eben, das kommt dann morgen, zum Glück. Und eben, wo auch noch dieser Panzer vorgestellt wird, plus es kommt im Frühjahr oder später auch noch die Sachen zum Supertest. Das nächste groß angekündigte Feature ist der Sandkasten-Modus oder die Sandbox und überarbeitet die Mechanik für Schaden durch Sprenggranaten wird der nächste Punkt sein. Der wird anscheinend auch offen sein für alle, wie sie es angesagt haben, während dem Wargaming Fest. Nun, für die Leute, die ein bisschen out of the loop sind, nicht ganz genau wissen, um was es genau geht im Sandbox, ganz einfach gesagt, Standard-Munition hat mehr Schaden gekriegt, einen höheren Alpha an und für sich, alle Panzer haben mehr HPs gekriegt, und die Gold-Munition, beziehungsweise die Premium-Munition, die bleibt, wo sie ist mit dem Schaden und mit der Durchschlagskraft und jetzt wird dann in der dritten Iteration noch die Sprenggranaten überarbeitet. Ich persönlich bin nicht ein großer Fan davon, weil schlussendlich werden... Ich persönlich hätte mir eigentlich gehofft, dass wir eine komplette Überarbeitung von allen Munitionstypen haben, dass zum Beispiel viele Fahrzeuge oder öfters alle oder viele Fahrzeuge allgemein einfach mehrere Munitionstypen haben, ab der APHE zum Beispiel, einfach, dass man sich ein bisschen überlegen kann, ja, so, was soll ich jetzt wirklich benutzen, was nicht, und allgemein einfach zum Beispiel den, oder vielleicht sogar sich ein bisschen am RNG was rum, ähm, soll man sagen, rum, ähm, schrauben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, machen wir hier zum Beispiel, dass sie anstatt 25% RNG auf Durchschlagskraft und Schaden hat, vielleicht nur noch 10%. Dafür macht sie aber nur noch durchschnittlich 300 Schaden, wenn normal 400 Schaden macht. Sowas in der Art. Was jetzt gerade kommt, und das ist wirklich, wie schon gesagt, meine persönliche Meinung, gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe es ja gespielt bei der Iteration, die erste war wirklich schlimm, die zweite Iteration war immer noch nicht super, und sie hat mir auch wirklich nicht wirklich Spaß gemacht. Und mein großes Problem ist einfach, das heißt dann jetzt neu, dass man wirklich alle HPs nochmal lernen muss, an und für sich, wenn man gut sein will im Spiel, alle HPs auswendig lernen, sowie aber auch alle Alpha-Schaden der Kanonen auswendig lernen. Also zwei Variablen, die bei 500 Panzern ziemlich viel sein kann. Nichtsdestotrotz, was mir Spaß gemacht hat, war der Low-Tier-Bereich, der war definitiv besser. Was mich einfach extrem erstaunt hat, und da habe ich dann das Gefühl, wo hat Wargaming diese Zahlen aus dem Hut gezaubert? Anscheinend hat die zweite Iteration 82% der Leuten gefallen. Und ich bin definitiv nicht Teil dieser 82%. Wie schon gesagt, ich fand das heftig. Also ich hatte nicht gedacht, anscheinend bin ich da schon fast von der alten Schule, dass mir das nicht gefallen hat. Aber ja, das war die zweite große Ankündigung. Uh, etwas, was wir ja schon gewusst haben, was kommen wird. Und schlussendlich auch der Grund ist, wieso, dass man ja nicht hier überarbeiten möchte, wie zum Beispiel den Ehrenhundert, das 430U, etc., etc., etc. By the way, leider Gottes gab es das ja nicht im deutschen Stream. Das gab es nur im englischen Stream. Im deutschen Stream hat Mailand ja wieder weiter World of Tanks gespielt. Im englischen Stream hat dann noch Ikibu mit Filian und Gibrat, oder ich weiß nicht, wie sie hießen, aber mit zwei von den Wargaming-Leuten noch ein bisschen geredet. Und sie haben auch gesagt, sie wollen, und diese Aussage, Entschuldigung, wenn ich das in den Mund nehmen muss, und so, aber ich finde es eine absolute Abfallaussage. Sie wollen momentan kein Balancing machen, weil sie Angst haben, wenn sie zum Beispiel das 430U nerfen und dann dieser Sandbox-Server rüberkommt und all das vom Sandbox-Server auf den Live-Server kommt, dass dann dieser Panzer zweimal generft wurde. Weißt du, was man dazu sagt, oder was man da dann macht? Man rebalancet es, genau! Ihr habt es erfasst! Sorry, also diese Aussage war absolut Abfall. Ich verstehe es nicht. Es sind doch nicht so viele Ressourcen jetzt da, vielleicht hier und da, vielleicht ein bisschen was am DPM oder ein bisschen was an der Panzerung zu schrauben. Oder ist sich das falsch? Ist die Engine von World of Tanks so hart veraltet, dass es nicht so einfach geht? Oder ist einfach Wargaming zu langsam in dem Sinne, einfach zu sagen, jo, wir machen jetzt einen Balancing-Change, und wenn es nicht gut ist, dann machen wir im nächsten Monat einen anderen Balancing-Change, dass du vielleicht 300 Megabyte hier runterladen müsst. Aber nein, anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir warten bis Ende Jahr, bis dann das ganze Rebalancing kommt mit den neuen Munitionstypen, die vielleicht vielen Leuten überhaupt nicht zusagt, bevor dann erst Panzer wie der E100, wie das 430U etc. etc. angeschaut werden. Diese Logik dürfen wir gerne einer mal in der Beschreibung unterklären. Ich finde sie ein bisschen mangelhaft. Aber der nächste Punkt, und das ist wahrscheinlich der einzige große Punkt, der mir wirklich gefallen hat, ist eben, dass das Halloween-Event wiederkommt, und anscheinend wird es nicht so ein Schabernack sein, wie das letzte Jahr, welches wirklich schlecht war. Also aus meiner Sicht war das die absolut langweilig. Nach zwei Runden hat es sich gesehen, es war immer das Gleiche, man hat immer genau exakt dasselbe getan. Immerhin vor zwei Jahren mit dem Leviathan, mit diesem großen, fetten Ding, sind die an verschiedenen Positionen gespornt, man hatte eine neue Mechanik im Spiel. Ja, das war eben, und verschiedene Panzer, da hatten wir nur den MT-25, hat immer die genau gleichen Leute zerstört. Anscheinend wurde hier an einer neuen KI gefeilt und gearbeitet, die dich verfolgt. Und das sollte echt anscheinend wie schon ein bisschen ins Horror reingehen. Unter anderem wird auch, das künstliche, wird auch Ito Masashiro, der der künstlerische Leiter war, der ersten drei Silent Hill-Spiele, der da geholfen hat, diesen Halloween-Modus mitzuentwickeln. Also könnte was interessant werden, wird höchstwahrscheinlich sogar noch das Highlight des Jahres für mich. Und das letzte große Feature ist der Animizer. Heißt also, ihr könnt euch unersichtlich machen oder unerkenntlich machen im Spiel drinnen. Alle eure Stats werden dann verborgen, aber das ist anscheinend nur im Gefecht. Wir hatten mehrere Ideen, wie der Animizer in World of Tanks funktionieren könnte, doch das passende Konzept für Spieler wäre, dass sie nur im Gefecht läuft. Heißt also, ihr könnt nicht mehr ingame euren X2M benutzen für die Leute, die dieses Ding benutzen. Und anscheinend wird diese Animizer auch nur für Premium-User da sein, also wenn man einen Premium-Account hat, aber ja. Und das Interessante ist, der Name wird nicht einfach ausgeblendet oder so, nein, der Name bleibt bestehen, aber anscheinend wird ein zufälliger mit Benutzernamen für jedes Gefecht dann benutzt. Und zwar nicht mit zufälligen Zeichenketten, sondern ein Wort oder mehr oder weniger Sinn ergibt. Also, ja, es kann gut sein, dass ihr vielleicht sogar der Animizer einen Raging Raptor herzaubert. Ich hoffe es mal nicht, aber ja. Einerseits, ja. Es ist nicht eine schlechte Sache. Ich werde es natürlich nicht benutzen, weil es ist immer cool, wenn ich ein paar Leute von euch sehe, die im Chat schreiben, yo, Raging, servus und so. Würde mir nichts bringen, wenn ich dann plötzlich für das Gefecht Palak-Dradek bin oder so. Oder Feuerschwert-Turbopanzer. Keine Ahnung. Oder irgendwie sowas. Oder Mercy, wenn wir es so sagen, nachdem das Team das jetzt gewonnen hat. Ja. Also, der große Teil des sozialen Drucks fällt weg und ihr könnt eure lieben Spiele in Ruhe genießen. Naja, der soziale Druck bei mir ist eher das Art, die mir die ganze Zeit auf den Kopf rumhaut. Aber, ja. Schlussendlich gibt es noch eine größere Sache und eine kleinere Sache. Die kleinere werde ich noch kurz ansprechen. Die Sitzungsstatistik wird noch ein bisschen erweitert und so mit Effektivitäten in Frontline-Modus und so weiter und so fort. Ist noch nicht eine schlechte Sache, aber, ja. Und das Letzte, was noch kommt, World of Tanks kriegt sein eigenes Raytracing, heißt also, das ist eigentlich eine Programmiermechanik, welche es euch erlaubt, die realistische Schatten her zu zaubern. Und ich bin jetzt ungelogen, als ich bei dieser Präsentation stand, habe ich mir auf die Uhr geschaut und habe gedacht, ah, sie fängt erst in einer Stunde an. Weil ich habe es an und für sich nicht geglaubt, dass Raytracing, der Animizer und die Doppelgeschütze das Einzige waren am Wargaming-Fest. Und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Fazit, zu diesem jetzigen Wargaming-Fest. Ich persönlich fand es enttäuschend, wie schon der Titel erklärt hat. Und das liegt einfach daran, was wurden für Features vorgestellt? Gar nichts. Was wurden für Features eingehalten? Oh, stimmt. Letztes Jahr war ja der Bond-Shop. Gucken wir auf die Uhr. Es ist 2019 und immer noch nichts ist da. Ja, 10 out of 10. Dass man ein Jahr lang ein Feature ankündigt, das schon teilweise getestet worden ist und dann plötzlich wird es abgehalten aus irgendeinem Grund, der nicht ersichtlich ist für den Normalo-Spieler. Und dann wird dann etwas gearbeitet, welches kein Schwein. Und das ist halt einfach so, danach gekräht hat. Und das ist ein bisschen bessere Grafik. Sorry. Wargaming hat letztes Jahr, oder mit 1.0 haben sie, glaube ich, aufgehört Windows-XP-Computer zu unterstützen, weil sie gemerkt haben, ja, unser Spiel sollte langsam, aber sicher vielleicht schon nicht mehr auf jeder fucking Rotzkiste laufen. Also man darf da schon mal ein bisschen sagen, ja, die jetzige Spieleranzahl, die hat jetzt vielleicht schon nicht die schlechtesten Spieler. Zumindest, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber jetzt wird etwas investiert in eine Mechanik, die das Spiel ein bisschen hübscher macht. und dieses hübscher machen bringt vielleicht den wenigsten etwas. Außer es ist extrem gut optimiert. Kann natürlich sein. Was ich persönlich nicht wirklich denke. Weil Raytracing ist definitiv nicht was uns zu unterschätzen ist. Also das ist extrem viele Rechenleistung, was da kommt. Darum, ich bin mir definitiv nicht sicher, ob das wirklich wert war, da Ressourcen zu investieren in Wargaming. Weil, und das ist der zweite Grund, oder der zweite Punkt, wieso ich enttäuscht bin. Wo ist das Crew-Rework? Das wurde ja angekündigt. Crew-Rework wäre mal was Gutes, weil es ist halt schon scheiße für einen neuen Spieler anzufangen. Dann hat er vielleicht eine 80, eine 70% Crew aus seinem neuen Stufe 8. Dann da kommt Mr. Turbo-Super-Spieler mit 4.000 Gefechten in seinem T67, in seinem Panzer 4H, mit 5, 7 Perks, Crew und zerfickt ihn halt. Obwohl eigentlich er gar nicht so viel mehr Skill hat. Und das liegt nicht nur daran, dass er vielleicht 7 Perks hat, das liegt auch einfach daran, dass er 20% mehr Crew hat. Anstatt 80%, 100%. Und das ist natürlich extrem. Sorry, das ist einfach so, das habe ich schon mit ein paar Leuten gesehen, die das Spiel probiert haben zu spielen. Einfach frustrierend, weil du wirst gematcht gegen jemanden, der vielleicht nicht mal skilltechnisch besser ist als du, aber du hast keine Chance, weil deine Crew einfach scheiße ist. Weil sie nicht mal 100% hat. Und das habe ich vermisst. Wo ist das? Das wurde ja schon in dem Wort Q&A Fragen und Antworten auf Reddit vorgestellt. Wo war das? Wo ist das? Wo ist der Online-Shop? Wieso müssen wir erst jetzt in für ein paar Leute die letzte Frontline-Zeit, die neue Map jetzt kriegen? Wieso nicht davor? Die war ja schon bereit. Wieso muss die jetzt noch groß angekündigt werden, dass die morgen kommen? Ja. Ich. Für mich war das, dieses Wargaming-Fest einfach nur frustrierend. Oder eben enttäuschend. Nee, nicht frustrierend, enttäuschend. Es kam einfach nicht Gutes. Wie schon gesagt, ich habe da gehockt, habe es mir angeguckt und dachte, ah, Raytray, ähm, bessere Grafik. Okay. Ja, ich weiß, in 1.0 haben wir neue Grafik gekriegt. Ich habe nicht kapiert, für eine Zeit lang, für eine gewisse Zeit lang, dass das ein neues Feature wäre. Und das sagt doch was aus, über, über was sie euch vorstellen. Sorry, aber... Ja. Es ist jetzt ein bisschen ein persönlicheres Video oder eher emotionaleres Video und nicht wirklich ähm, analytisches Video. mir schon gesagt, ich finde es, ja, man hätte vor allem hier die Ressourcen definitiv andersweitig an bringen können. Dass der ganze Drecks-Sendbox das Balancing von World of Tanks auf Eis hält. Sorry, da müsste ich mir schon fast die Birne wegprügeln. Das verstehe ich nicht. Wieso kann nicht etwas gleichzeitig getestet werden, das eventuell kommt, aber während während der anderen Zeit gleichzeitig noch das Spiel gebalanced werden? Ich verstehe das nicht. Ist Wargaming so eine kleine Firma, dass sie das nicht machen können? Oder haben sie Angst, dass dann für einen Monat vielleicht der Pams jetzt komplett scheiße ist? Ja, dann macht es halt anders. Dann balance den nach dem Monat. Aber noch nicht einfach sagen, ja, nö, scheißegal, ähm, wir warten jetzt drauf, bis der Sandbox fertig ist. Sorry, aber sollt mir einer erklären. Tut mir leid. Es, ja, das war meine persönliche Meinung zum Wargaming-Fest. Was haltet ihr von den Änderungen, von den versprochenen Features, die kommen werden? Was haltet ihr von den Doppelgeschützpanzern? Freut ihr euch aufs Rennen? Oder seid ihr meiner Meinung nach und denkt auch, dass es einfach enttäuschend war, weil Sandbox selber angekündigt, ja toll, wir haben gewusst, dass da HE kommen wird. Halloween war so oder so, dass da einfach was kommen wird. Cool aber, dass es anscheinend was Großes wird. Animizer wurde ja auch schon besprochen und Encore, äh, sorry, aber das Raytracing, legit, ich hab gedacht, das sei, das haben wir einfach gezeigt, wie 1.0 ist. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist edginglebt.de Nicht vergessen, es läuft noch ein Giveaway, Link in der Beschreibung, ihr müsst Teil meiner Community sein, damit das, ups, soll auch funktioniert. Danke für das Zuschauen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.